Heyo Leute und herzlich willkommen, ja genau, es geht gerade um das eine Turnier, was ich versprochen habe und es hat ein bisschen schlecht ausgeschaut. Ja ganz genau an dem Tag bin ich, äh habt ihr mich gehört, das war der Tag, an dem ich das Schockertrick-Video gemacht habe, da bin ich da geschlafen halt und da war ich so lange auf, bis, äh, bis vier am Nachmittag und da bin ich halt eingebrennt und ja, hört sich jetzt alles an, als würde ich gerade liegen oder so, ich weiß, ich werde dafür echt was richtig Fettes bringen, vielleicht auch was mit Vater zu tun, vielleicht auch was mit anderen, aber für das werde ich sehr viel Zeit brauchen. Es gibt ja ein Call of Duty, also Call of Duty, äh, ein Modern Warfare-Video und ich hoffe, dass er sich noch ausgleichen wird und ein Turnier-Proband-Aindruck von dem, also von dem her, ja, sorry halt noch einmal und Luca, was er geschlossen hat, also, ja genau, hätte ich auch gesagt. Also es tut mir, es ist extrem leid, dass ich, ja, das Dorf verpennt habe an dem Tag und ich echt das erbringen habe, habe keiner, sorry. Und die letzte Zeit darf ich annehmen, ja genau, es gibt eure Anträge. Die letzte Zeit darf ich annehmen, ja genau, es gibt eure Anträge. halt auch immer so aktiv sein, hat so die Gründe, aber dafür werde ich am Wochenende und über die Osterferien so hart durchstruggeln für euch wird, eine Clips, jetzt haben wir am Basteln. Basteln? Ja genau, Basteln. Ja. Und, ja, bis heute Morgen, vielleicht habe ich es bis morgen zur Fertigung, ja genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.